Ja hallo, mein Name ist Daniel Schulz, ich bin der Geschäftsführer von Smartplatz. Smartplatz ist ein Marketing-Tool, wenn man so will, für Unternehmen, aber für Nutzer ist es halt eine spannende Sache, ihr Interessen anzugeben und nach ihren Bedürfnissen halt sich aus der Stadt inspirieren zu lassen, aus allen Branchen, die sie sich wünschen und für ihre Einkäufe in der Stadt halt auch noch von jedem Teilnehmer, von dem auch immer sie wollen, sich kleine Belohnungen dazu kombinieren zu können und somit halt die Stadt zu entdecken und die Stadt zu erleben.